Musik Applaus 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 Kennt ihr den schon? Kommt ein Herrchen mit seinem Hund zum Ohrmacher und sagt, sagen Sie, können Sie meinen Hund reparieren? Ihren Hund? Wieso das denn? Was fehlt ihm denn? Er bleibt alle fünf Minuten stehen. Ja, vielen Dank. Ich bin der Leonhard und das ist die Miramard Midnight Show. Hallo! Ja, und wie alle halbwegs intelligenten Kuscheltiere habe auch ich ein Herrchen und ein Frauchen, äh, was heißt habe? Ich hatte, ich hatte, ich hatte und das kam so. So, aber vorher noch diesen. Treffen sich zwei Hunde, sagt der eine. Ich heiße Arko vom Schlosshof. Und du bist du auch adlig? Ja klar, ich heiße jetzt aber runter vom Bett. So, die Zeit ist schon wieder rum und wie das mit Herrchen und Frauchen ausgegangen ist, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Danke und tschüss! Applaus